Zack, 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 zack. Die machen wir wieder drauf. So, da wachsen sie ja schon wieder. Zwei Zahme haben wir sogar diesmal übrig. Ein Brot kann man sich auch noch machen. Drei. So, sollte erstmal reichen. Und wir fangen an zu basteln. Wir nehmen uns die Sugar Canes. Zack, zack, zack. Nehmen uns ein paar mal Papier. Und was mir wieder auffällt, wir haben kein Holz. Nehmen wir uns das Holz hier. Zack, zack, zack. Und hier oben, hier unten. Ach ne, stopp. Das war ja das Bücherregal. Wie machte man das Buch? So. Jawoll. So, wir haben das Buch. So, jetzt aber. Zack, 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 zack. Und wir haben den Enchantment Table. So, aber wie ging das denn jetzt hier nochmal? Äh, war das nicht irgendwie? Genau. So, den haben wir auch. Den Pre-Wing Stand. Also den Braustand. Blaze. Bei den jetzt, ja. Jawoll, wir haben alles beide. Muss nur noch die zwei schönen Räume zu Ende bauschen. Oh, schaut euch das an, wie Blaze das gemacht hat. Nur keine Steine mehr. So, Leute, es tut mir leid, aber ich muss mich ganz kurz mal hierhin stellen. Bei Blaze. Und ihr müsst ihnen zuschauen, wie er das hier baut. Ähm, ich muss gerade mal auf Toilette. So, haha. Gut, bis gleich. Lol. Erzähl mal ein bisschen was, Blaze. Jo, jetzt gehen wir erstmal Stein holen. Da könnt ihr ja leider nicht mehr zugucken, ne? Oder ich werde es erstmal ausmachen. Hier. So ein bisschen da. So, ich muss Steine holen. Seid ihr kurz alleine. Weil Ellie ja aufs Klo musste. Oder muss. Oder was auch immer. Ja, und jetzt packt es schon wieder bei mir rum. Gut, disconnect. Da bin ich wieder zurück. Entschuldigung, liebe Freunde, aber es war dringend. Ja, die ist bugged wieder bei mir rum. Schon wieder? Ja, ja. Also, ein bisschen schon rausgegangen, oder was? Nee, noch nicht. Ich kann nicht mehr es drücken. Ach, ich geh rein. Hallo. Siehst du mich? Ja, ich seh dich. Du stehst da. Ja, ich kann nichts machen. Okay. Doch, du hast gerade gedrückt. Warte mal. Nee, kann ich nicht... Kann ich nicht rausdrücken? Nee, rausdrücken kann ich auch nicht. Warte vielleicht, wenn ich das hier wegmache. Ist das jetzt besser? Nee. Ah, dann mach halt ein Relog. Glaub ich, das einfachste, oder? Ja. Gut, dann gehe ich die Steine sammeln und du baust. So, dann sammeln wir die verbläst die Steinchen hier. Zack. Unseren tollen Designer. Ja, irgendwie. Irgendwie? Server offline. Jetzt. Nee, da ist nicht offline. Ja, ja. Wieder da. Bin ja drauf. So, wie gesagt, die 1.0 Version ist vom Server hier irgendwie, finde ich persönlich noch ein bisschen buggy. Also für einen selber nicht, wenn man selber aufgemacht hat, aber für denjenigen... Ich habe hier gerade eine Explosion gehört und schon wieder. Ja, das ist wieder so ein kleiner Geist. Ja, ich schieße zurück, die Sache. Ohohoho. Ist halt schon wie im Krieg hier. Warte, ich komme. Komm her, Geist. Jawoll. Er hat uns gelaufen bis hier. Die kriegen wir. Komm her. Trau dich. Achtung. So, wir können den Finger neben dir zurückschießen. Aua. Ja, komm. Und... Na, knapp daneben. Wir spielen Tennis mit einem Geist. Ah, knapp, 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 knapp. Verdammt. Jetzt aber. Komm her. Boom. Wir haben eine Geisterträne bekommen. Sehr gute Sache, sehr gute Sache. Und haben ihn in die Luft gesprengt. Zack, zack, zack. Blaze, wie viele Steine brauchst du ungefähr? Viele wahrscheinlich, ja? Viele. Oh, ich habe noch 64 Einstecken fällt mir gerade auf. Das kommt. Von meiner Tour. Zack, zack, zack. Du und du und wen nehmen wir euch alle mit? Warum sollten wir auch nicht? Ist ja kostenlos. So, ich probiere das jetzt nochmal mit Cobblestone. Aber das... Ich bin mir ganz sicher, das war gerade so. Jetzt nicht mehr. Hm. Seltsam. Der Surfer hat irgendwie daraus dann den Stein gemacht. Hm. So, ähm, Blaze? Ja? Kannst du mal was für Essen sorgen? Für was sorgen? Für Essen. Essen. Habe Hunger. Ja? 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 Ist doch oben noch liegen, oder? Ich glaube nicht, ne? Äh, ich habe genug hier. Kommst du zurück? Ja. Ich hoffe, dann bist du jetzt nicht schon wieder, Bucky? Und? Mir geht's. Gut. Also hier. Einmal. Zweimal. Äh. Und falls du die hier brauchst, noch dreimal. Wo liegen die? Bitte? Ah, jetzt. Na ja. So. Irgendwie verbuggt. Keine Ahnung. Was denn verbuggt? Hä? Ah, hier haben wir noch Knochen. Eine sehr gute Sache. So, dann machen wir uns nämlich ein paar Mal das Mehl draus. Dann lassen wir als allererstes mal wieder hier unsere schönen Melonsamen wachsen. Zumindest die kleinsten. So, zack, zack, zack. Weil ich habe Hunger. Oh, es regnet und es regnet mal wieder nicht. So. Ist schon wieder Bucky. So. Jetzt müssen wir hier irgendwo, genau. Ach ne, das sind die. Ah ja, die muss ich ja noch einpflanzen. Okay. Aber die nicht. Sag, wieso regnet es an der Stelle nicht? Also es regnet schon, aber man hört es nicht. So, die Iron Hoe. Das hat schon erledigt. Und... Ja, wir werden uns jetzt bald ein Dach machen hierfür. Sonst regnet es ja durchgehend rein. Ich will das extra nicht zu machen, weil das soll ein Gang nach oben bleiben. So, die drei Diamanten kommen wieder hier rein. Hier ist noch ein Brot. Das essen wir so fein. Oh, das war... Was hab ich denn jetzt gemacht? Was hab ich denn jetzt gemacht? So, erstmal futtern. Und dann machen wir schnell mal ein neues Brot. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei. Drei Brotchen. So, das reicht. So, da haben wir den Geistertrainer. Dann machen wir uns ein Kistchen. Oder machen wir zwei direkt raus. Obwohl, eine sollte reichen. Machen wir einen noch. Zack. So, was kommt hier rein? Die Aussuchung. Gut, dann kommt hier rein jetzt der Enchantment Table. Achtung, direkt in die Mitte. Ja. Der Enchantment Table. Gut. Gut. So, und wir machen natürlich direkt die Diamantenspitzhacke. Gibt's keine Sechser? Na gut, dann nehmen wir hier die Fünfer. Und wir haben Unbreaking 1. Das ist eine sehr gute Verzauberung. Und hier in die Mitte kommt unser Braustand. Und hier höre ich komischerweise den Regen. Ab hier. Wenn ich hier rübergehe, ist der Regen wieder weg. Ja, weil's oben rein regnet. Ja, weil's oben rein regnet. So, wir brauchen auch noch, ähm... Was mach ich grad mal? Ja. Ja, weil oben im Haus höre ich nicht den Regen. Ich höre ihn auch draußen nicht, wenn ich draußen stehe. Dann ist einfach kein Regen da. Hier ist er. Hier ist er nicht. Hier ist er. Hier ist er nicht. Hier ist er. Hier ist er nicht. Scheiße, das ist irgendwie seltsam. Oh! Ich hab Angst. Das ist gebittert. Ähm. Was wollten wir denn jetzt gerade machen? Ähm. Wir waren grad unten. Achso, genau. 1, 2, 3. Ach, nehmen wir gerade mal an. Oioio, das erste Mal böses Wetter hier. So. 2 Mal. Jawohl, will ich. 1 Eimer will ich auch haben. Jawohl. So, dann nehmen wir uns grad mal den Eimer zur Hand. Wir klauen uns ein bisschen Wasser hier. Zack. 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 Wow, wow, wow. Laute Angelegenheit hier. Hallo. Warum komm ich denn nicht raus? Jetzt. So, und nochmals Wasser. Oh! BeiJa. Genau! Ja.